weiter geht's mit einer neuen folge dead island 2 wir machen weiter haben in der letzten folge mussten wir eine batterie finden um das tor hier vorne zu zu machen hat ein bisschen gedauert in letzten folge aber jetzt haben wir es auch geschafft und jetzt sollen wir uns im blue crap treffen und das machen weg mit jacob und das doch gerne kostenloses aber da für die leute die noch kein abo da gelassen haben würde mich das wirklich sehr freuen hier soo bro's ali my small how many fucking times welcome to the blue crab you're welcome to stay we got plenty of real good food we could certainly do with your you know techniques you are not normal yeah top shelf all the way bro mom just sliding on bis zum Hotel der Cerne. Ha ha! Du bist verletzt, Mann! Das ganze Bereich war militärisiert. Miles, Fences und Razor-Wire. Checkpoints und... Shit! Plus, die Horde. Die Horde sind in der Evac-Zone. Dann gibt es die Death-Pits. Die Death-Pits? Listen, die Horde! Die Death-Pits! Emo-Moder-Fuckers! Wir haben genug Probleme hier. Zompocalypse wird die Woche der Strongman-Wire. Oh mein Gott! Genau. Ist richtig. Erstmal in der Kippe ziehen. Und dann waren es drei. Okay, Mann. Ich helfe diese Horde. Hallo? Das ist Emma. Ich versuche zu erreichen... Oh, das ist dumm. Immer versuchen. Emma Jort? Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Und ich muss das ganze Welt sagen, das ist mir. Hör. Ich wollte euch über das schlafen, Michael. Ich war schade. Du musst nicht eigentlich gehen. Emma, Schade, chill. Ich war trotzdem. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann sind wir hier wieder willkommen. Ich erinnere ihn. Und ich erinnere diesen Begriff. Michael war ein guter Typ. Neues Sammelstück. Neues... Neues... Neuen Bauplan. See you when I see you. Bye! Das ist nicht sicher, wenn hunderte... ...und so... ...und sobald sie herausfinden, was du wirklich magst... ...und dann gehen sie nicht. Okay, ähm... ...du hast schnelle Reisekarten freigeschaltet. Okay, machen wir immer... ...ähm... ...Karte. Also das hier ist ein A. Okay. Gut. Der... ...Racken... ...Drachentöter. Ja. Hmm. 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 ... 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 bringen mose und dito zur strecke was hast du schön ist für mich kumpel wir verkaufen mal unsere richtig schlechten waffen also die wo kann man das denn sehen die schlechten hier hier zum beispiel also war das so die hier macht ja die hunderter genau die die bringt einfach nichts sie können wir verkaufen ich macht einfach zu wenig schaden jetzt verkaufen ja das gute stück würde ich schon noch mal irgendwie nehmen wollen was hast du denn schönes gefähr munition schießpulver so zum beispiel doch so read you there man i copy where are you dennis okay story of my fucking life catch you on the bounce es geht nicht okay ich habe jetzt kein hier steht garantiert nicht müssen wieder nach da danke habt ihr gesehen wie da gespawnt ist fitnessstudio hey omi du brauchst auch hier oh mein gott die braucht auf jeden fall eine runde fitnessstudio hier kommt er hier rüber nice burn mother elf burn oh oh wie sieht die denn aus na rennst du jetzt auch zum feuer komm bringe brende runde für mich schwester oh gott nein sie will mich gut hora Aua, aua, aua. Hä? Aua. Hey. Hallo? Mein, oh Gott, siehst du heftig aus. Was macht er denn da? So, weg mit deinem Kopf. So, was sollen wir jetzt auch nicht machen? Wir sollen jetzt hier Energydrinks ein bisschen trinken. Noch ein Energydrink. Wir sollen... Zu fett, um aufzustehen, ja? Was? Wie schnell war die denn auf dem Bein? Zum Hauptkampf? Ach so. Let's go. Everything okay? Believe it or not, you're gonna want to see this. Okay, but only because it's you. Alas, Paul Moose. Boah, ist das widerlich. A fellow of infinite jest, of most excellent can see. Ah, he wasn't human anymore. And that's the point. Oh, Gott. Look at this. What is that? Wrong question, my friend. What you should be asking is... What does it do? Okay. So, what does it do? You see this? A tiny hammer? A tiny hammer now. But... Behold, Excalibur. Right. Don't book Las Vegas yet. Well, people will get in touch. Okay? No, 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 wait. Wait. It's just like in the movies. What? Boop. Oh! Boop. That's fucking Vegas. I know, right? It's insane. All this stuff. It does things. It's changing their insides. Yeah. Changing my insides? Well, uh... I gotta get back. Down below. Hey, mate. This is progress. Another week, you'll be sunbathing. I'll keep trying stuff out. Yeah. Come by. Well... If you want to. Sure. Well, we'll do lunch and a movie. Can't deny any longer. I'm changing. Oh my... Gut, Leute. Willkommen vorbei in der nächsten Folge. Oh. Wir haben einen neuen Bauplan. Hier. Alles klar. In der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Am I changing? Am I changing? Gut, jetzt hat er zu einer gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.